Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einer brandaktuellen Sonderausgabe der Preking Electro News. Der Zuschauer André hat mich auf einen Artikel von Golem hingewiesen. Ich habe es erst für einen Scherz gehandelt, aber es scheint sich um Realität zu handeln. Es geht um die Verwendung von Baumarktleisten im Tesla Model Y. golem.de berichtet jetzt, dass Tesla Kühlaggregate mit Baumarktleisten befestigt. Besitzer von Teslas neuen Model Y wundern sich über eine ungewöhnliche Konstruktion unter der Fronthaube. Golem berichtet weiter, dass der Elektroautohersteller Tesla bei der Produktion des neuen Model Y offenbar mit Winkelleisten aus dem Baumarkt improvisiert. Mehrere Besitzer des neuen SUV zeigten in einem Tesla-Forum entsprechende Fotos. Die zurechtgeschnittenen Leisten dienen offenbar als Kantenschutz, um zu verhindern, dass ein um den Kondensator laufender Spanngurt aufgerieben wird. Ein Nutzer kommentierte das Foto mit den Worten, da ist jemand schnell in den Baumarkt gefahren, damit die Zahlen für das zweite Quartal eingehalten werden. Das Auto hat im konkreten Fall 55.000 US-Dollar gekostet. Und jetzt zeige ich euch mal, worum es genau sich dreht. Hier haben wir dann den Ursprungspost von einem Brown1428 im TeslaModorsClub.com-Forum. Und er ist auch derjenige, der das geschrieben hat mit der Baumarkttheorie und den Quartal-2-Zahlen. Wir sehen also hier diesen Kondensator, einen Spannring und hier eindeutig Fußleisten oder Baumarktleisten, um zu verhindern, dass dieser Spanngurt hier, der wahrscheinlich Vibrationen verhindern soll, dass der durch die scharfen Kanten des Kondensators aufgerissen oder aufgerieben wird. Hier hat dann ein weiterer User den Kondensator in seinem Model Y gepostet und er hat ebenfalls diese Fußleisten als Kantenschutz. Der nächste User, der eine entsprechende Lösung in seinem Model Y gepostet hat. Und dass Tesla hier auch ein bisschen Geschmack zeigt und auch entsprechend vermutlich der Innenausstattung die Farben der Leisten variiert, sieht man hier in einem weiteren Post. Hier schreibt der User, einen Moment, ich habe das auch, aber es sieht aus, als hätte ich die Leisten in der weißen Ausstattung bekommen. Vielen Dank, Home Depot. Und hier sehen wir dann, wie das eigentlich aussehen sollte. So habe ich das zumindest verstanden in dem Forum. Hier wird ein weißer Kantenschutz aus Kunststoff verwendet und keine Fußleiste. Ob das Ganze jetzt auf die Haltbarkeit dieses Kondensators wirklich negative Auswirkungen hat, ja, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich gehe davon aus, dass auch diese Fußleisten ihren Job tun. Man sieht aber hier, wie pragmatisch Tesla Probleme löst, auch offensichtlich in der Teileversorgung. Vermutlich hätte ein deutscher Hersteller, wenn dieser Kantenschutz nicht mehr lieferbar gewesen wäre, erst mal die Bänder gestoppt. Ich vermute es jetzt einfach mal. Ja, aber Tesla geht her, geht zu Home Depot, jetzt mal übertrieben gesagt, und sagt, ich hätte gern einen ganzen Satz von Fußleisten und löst damit dieses Problem. Jetzt kann man sich auf der einen Seite darüber ärgern als Tesla Model Y Besitzer. Ich muss sagen, ich muss eher darüber schmunzeln, weil wie gesagt, es ist ja kein wirklich schlimmes Problem, was hier auftritt, sondern es ist eine pragmatische Lösung, die man auch nicht sieht, denn dieser Kondensator ist unter dem Kunststoff des Frunks verdeckt. Das heißt, man kann das im Alltag gar nicht sehen. Mich würde aber mal interessieren, wie schätzt ihr das ein? Ist das Pfusch am Bau oder sagt ihr auch pragmatische Lösung, gut gemacht von Tesla? Und das Holzdekor mag ja sogar dem Model Y halbwegs stehen, auch wenn man es im Alltag nicht sieht. Das würde mich also mal interessieren. Schreibt das mal unten in die Kommentare. Ich auf jeden Fall habe erst mal herzlich gelacht, als ich das gelesen habe. Da auch nochmal vielen Dank an den Zuschauer André, der mir diese Nachricht geschickt hat. Ansonsten soll es das schon für die kurze Breaking Electro News Ausgabe gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist ja wohl obligatorisch. Oder wollt ihr die nächste brandheise Ausgabe der Ben verpassen? Tschüss. 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 Tschüss.